Hallo, mein Name ist Daniel Ganger und wir sind hier in der Gärtnerei Ganger im 22. Bezirk in Wien. Unsere Motivation ist es, dass wir eine große Vielfalt an Gemüse sowohl unter Glas als auch hier bei uns am Biofeld im Freiland produzieren, damit die Wienerinnen und Wiener um die Ecke bei uns im Abhofladen in der Aspernstraße 15 ihr Gemüse einkaufen können. Von hier!